Es geht nicht mehr lange und dann wird es losgehen und die Leute strömen hier auf das Gelände. Und dann kann das Festival Greenfield 2024 anfangen. Ein Rockfestival ist ein stabiles Internet und ein Netzwerk essentiell. Genau aus dem Grund sind wir von Cablex eine Woche vorher da und mit dem Aufbau an. Im Hintergrund sieht man gerade wie das Greenfield aufgebaut wird. Dabei müssen wir ganz viele Geräte aufstellen. Einerseits gehören hier ganz viele Switchen dazu. Unzählige Access Point, Laufmeter, Netzwerke und Glasfaserkappen. Oder wie im Hintergrund Richtstrahlfunk auf das Gelände heraus. Damit wir auch hier im Greenfield, wo alles sehr weitläufig ist, unsere Endgeräte auf der anderen Seite erreichen können, haben wir zwei Richtstrahlfunkstrecke aufgebaut. Somit sind wir über das ganze Gelände sauber abgedeckt. Die ersten Bands haben gespielt hier im Greenfield. Die Stimmung ist wirklich mega hier. Und wir sind störungsfrei unterwegs. Und ich hoffe das bleibt auch so. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier wieder dabei sein darf. Und ich hoffe, dass Cablex auch nächstes Jahr wieder das Netzwerk hier aufbauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.